Warum muss das so kalt sein? Ich bin noch nicht ganz fit, aber ich will so ein bisschen rumsporteln, also wenigstens eine Kleinigkeit machen, nicht viel, nicht groß anstrengend, sondern wenigstens ein paar Dehnübungen machen, um meinen Kreislauf ein bisschen anzuregen, ein bisschen aufzupuschen. Ja, mal gucken wie viel und wie weit ich heute mal komme. Jey, einen schönen guten Tag, nachdem ich jetzt noch ein bisschen rumsporteln kann. Ein bisschen Sonne getankt habe, werde ich jetzt mir ein bisschen Schmerzen zufügen tatsächlich, denn ich muss meine Beine wachsen. Ich bin schon ein bisschen überfällig und fühle mich irgendwie so wie Wookiee und das ist jetzt nicht übertrieben. Dementsprechend, die Wachskartusche ist schon an, die dürfte jetzt dann gleich fertig sein und dann werde ich das draufklatschen und mit Wachsstreifen runterziehen. Ja, somit habe ich dann die nächsten fünf Wochen dann auch wieder Ruhe. Yay! Wundert euch nicht. Kann ich euch hier ein Bein zeigen, jetzt ist es sauber. So, das erste Bein ist fertig. Noch schön einölen und Aloe Vera drauf, damit sie es nicht entzündet und so weiter. Und dann mache ich gleich das nächste Bein. Yay! Dann geht es doch einfach. Jetzt ist es gut. Einen wunderschönen guten Morgen. So sieht es aus, wenn ich aufgestanden bin. Und ihr seht, Hauptproblem ist die Fresse, nein Spaß, die Haare. Und die müssen heute gemacht werden. Jetzt habe ich aber festgestellt, ich habe kein Rot mehr da. Das heißt, ich muss jetzt noch in die Stadt, muss ein Rot besorgen, damit ich das dieses Wochenende machen kann, damit das mal wieder... Alter, Vater. Ja. Yay! So, Farbe ist drauf. Sieht sehr sexy aus. Das heißt, jetzt erstmal einwirken lassen. Ich werde in der Zeit im Hintergrund ein bisschen aufräumen. Ich muss die Wäsche aus dem Keller holen. Yay! Das würde ich jetzt gleich alles machen. Und danach gehe ich duschen und dann bin ich gespannt, wie das Ganze aussieht. Wundert euch nicht, wenn die Qualität ab und zu schwankt, weil ich benutze hin und wieder Frontkamera und Backkamera. Ja, fragt einfach nicht. Also ich gerade eben noch nach der Bob-Blinski. Der hängt da hinten. Ich weiß nicht, ob die Kamera... Nee, das macht sie nicht. Okay, na gut. Nun versucht, was wäre. Übrigens genieße ich gerade so ein bisschen den Sonnenuntergang. Das ist leider weg. Leider weg. Ich werde zu langsam. Aber ein bisschen entspannen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.